Genießen Sie Ihr Wohngefühl. Bauen Sie mit Wachafix und Fertig. Ein Ziegelmassivhaus, das für Sie keine Wünsche offen lässt. Ein Wohlfühlhaus für die ganze Familie. Wachafix und Fertig gibt Ihnen Sicherheit. Das macht stark. Das macht Freude. Ich wollte ein Wohlfühlhaus haben und ich war eigentlich nach dem ersten Gespräch mit dem Herrn Ingenieur Wachafix und Fertig berücksichtigt ihre Lebensgewohnheiten und erfüllt ihre Wohnräume. Eine Stadtvilla mit mediterranem Flair, ein gemütlicher Bungalow am Land, ein Landhaus am See oder moderne Architektur in verbauten Gebieten. Bei Wachafix ist alles möglich. Wir hatten neben vorher zwei Haushalte, haben dann beschlossen ein Haus zu bauen. Bei der Planung hat uns die Firma Waha ganz toll unterstützt und seit wir eben hier wohnen, haben wir einen irrsinnigen Gewinn an Lebensqualität und ein ganz tolles Wohngefühl. Von den Arbeitsabläufen hat alles gepasst. Es war eine Just-in-Time-Lieferung. Die Bauphase an sich hat nur ein halbes Jahr gedauert und wir haben dann fast auf den Tag genau ein Jahr später das Haus fixfertig beziehen können. Lebensqualität auf allen Ebenen. Die Ruhe in dem Haus. Es ist kein Lärm von den Nachbarn zu hören. Es ist ganz, ganz toll. Ich finde es wunderschön da und ich will überhaupt nicht weg und ich will nicht einmal in Urlaub fahren. Sie erreichen uns unter www.waha.at oder unter der Telefonnummer 026 80 2203. Also, mein Wundraum wird Waha. Das ist Marge richtig. Untertitelung des ZDF, 2020